Eine turbulente und unruhige Nacht liegt hinter uns, das dank des Unwettertiefs Lambert. Was sich jetzt aber am Freitag so langsam aus Deutschland verzieht, besonders betroffen noch die östlichen Landesteile. Von Westen macht sich schon häufiger die Sonne bemerkbar. Hier wird es trockener und ruhiger, das dank hohem Luftdruck, hier sehen wir das Unwettertief, das im Tagesverlauf nach Polen abzieht. Mit ihm dann auch die Gewitter- bzw. Unwettergefahr. Wir sehen, das Ganze verlagert sich zum Freitag eher nach Südosteuropa. Wir starten am Freitagmorgen dampfig, schwül, besonders in den östlichen Landesteilen. Hier teils 19 oder 20 Grad. Im Westen mit 14 bis 17 Grad schon spürbar. Angenehmer vor allem im Vergleich zu den letzten Nächten. Am Freitagvormittag schüttet es besonders in den östlichen Landesteilen noch mitunter kräftig. Gewitter spielen nur noch eine Nebenrolle, die sind nur noch vereinzelt unterwegs. Von Westen wird es trockener und freundlicher, besonders von der Nordsee Richtung Niederrhein. Und hier sehen wir, wie sich das Tief so langsam weiter Richtung Polen bewegt. Und zum Nachmittag, da regnet es besonders noch entlang der Oder kräftig. Aber auch das lässt immer weiter nach. Die Wolken bleiben insgesamt hier sehr dicht. In der Westhälfte ist der Freitagnachmittag dagegen. Von der freundlichen Sorte hier bekommen wir über den Tag zumindest acht bis zehn Stunden Sonne. Unter den Regenwolken sehen wir die Sonne leider deutlich seltener. Aber auch die gute Nachricht, die schwüle Luft, die hat sich nun verabschiedet. Nur hier im äußersten Osten ist die schwüle Belastung noch stark. Ansonsten wird die Luft verbreitet spürbar angenehmer sein. Die Temperaturen auch nicht mehr ganz so heiß. Und für den Regenwolken teils sogar nur 19 Grad, wenn es kräftig schüttet. Ansonsten ist es in der Westhälfte sommerlich, aber eben deutlich angenehmer. Mit Spitzenwerten von 27 oder 28 Grad. Am Freitagabend lassen die Niederschläge immer weiter nach und die Sonne setzt sich häufiger durch. Das Wochenende kann sich sehen lassen. Meist angenehmes Sommerwetter, auch wenn am Sonntag schon wieder 33 Grad möglich sind. Dazu meist trockenes Wetter, bevor zum Montag neue Gewitter kommen.